Herzlich Willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um das Artlife Barcelona Polsterbett. Mit dem Polsterbett Barcelona 140 x 200 cm, in weiß mit Kaltschaummatratze erhalten Sie ein gemütliches Bett für Ihr Schlafzimmer. Das Einzelbett verbindet hohen Schlafkomfort mit einem eleganten, zeitgerechten Design. Für gemütliche Stunden in entspannter Atmosphäre sorgt die mitgelieferte Kaltschaummatratze. Ihr gepresster Schaumkern bietet Ihnen ein erstklassiges Liegegefühl. Nach langem, ausgiebigem und tiefem Schlaf starten Sie am nächsten Tag mit voller Energie. Das zeitlos moderne Polsterbett ist aus langlebigem MDF-Holz gefertigt. Zusammen mit der soliden Verarbeitung gewährleistet das robuste Material viel Stabilität und einen sicheren Stand. Mit seiner 140 x 200 cm großen Liegefläche ist dieses Polsterbett ein wahres Komfort-Einzelbett. Es bietet einem Schlafenden sehr viel Platz und eignet sich selbst für die zeitweise Nutzung als Doppelbett. Unser Bettgestell ist im schlichten weißen Kunstleder gehalten und passt in nahezu jedes Schlafzimmer elegant hinein. Das zeitlos elegante Design lässt sich auch gut mit ausgefallenen Tagesdecken, Bettdecken oder Kopfkissen kombinieren. Die mitgelieferte Kaltschaummatratze besteht aus einem gepressten Schaumkern, der für eine Stabilisierung Ihrer Wirbelsäule sorgt. Gleichzeitig entlastet die Matratze Ihrem Schulter-, Lenden- und Beckenbereich. Falls Dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.